Herzlich willkommen zum Dog Talk des Tages. Heute geht es um das Thema Jagdverhalten. Ich bin gebeten worden, dazu nochmal einen Dog Talk zu machen. Den schiebe ich jetzt mal in diese Tierschutzhunde rein, weil das auch so ein bisschen zu den Tierschutzhunden aus Südeuropa passt, die ja vorzugsweise mit Jagdverhalten ein Thema haben. Und zwar hatte mich eine Leserin oder Zuhörerin oder Zuschauerin, wie auch immer man das nennen mag, angesprochen und gesagt, ich möge doch mal etwas dazu sagen, inwieweit Jagdverhalten beeinflussbar ist und wie ich daran arbeiten würde, wenn ich jetzt einen Kunden bekomme mit einem Hund, der ein Problem mit seiner jagdlichen Aktivität hat. Erstmal müssen wir festhalten, dass die Hunde, mit denen wir das hier üblicherweise zu tun haben in Europa, die sind in den letzten 150, 180 Jahren sehr stark darauf ausselektiert worden, mit den Menschen zusammen oder auch unabhängig vom Menschen, je nach Richtung, jagen zu gehen und jagdliches Verhalten zu zeigen. Und in dem Zuge der Rasseauswahl und der Rasseselektion kam es auch zu einer sehr starken Hypertrophie, also Übertreibung extremen Ausbildungen von einzelnen Jagdsequenzen. Also die Jagdsequenz insgesamt teilt sich in mehrere einzelne Handlungsabschnitte auf und die Rassen sind danach selektiert worden, welchen einzelnen Handlungsabschnitt dieser Hund nun besonders gut kann. Also sozusagen sein spezielles Talent ist herausentwickelt und herausselektiert worden und dadurch kommt es eben dazu, dass bestimmte Hunderassen dazu neigen, bestimmte Teile, Handlungsfolgen aus dem Jagdverhalten besonders stark zu zeigen. Wir kennen das zum Beispiel von den klassischen Vorstehhunden, dass die eben das Bein anheben bei Sichtung von einem oder Witterung von einem Beutetier, potenziellem Beutetier. Wir kennen das von den Hütehunden, dass die spezielles Einkreisen zum Beispiel zeigen oder auch greifen in die Hinterbeine. Das sind alles Elemente aus dem Jagdverhalten, die bei diesen Hunderassen dann entsprechend spezialisiert herausgebildet worden sind. Nun müssen wir uns darüber Gedanken machen, wenn wir uns über Jagdverhalten unterhalten, was bedeutet das eigentlich neurobiologisch? Neurobiologisch heißt es, dass die Hunde für dieses spezielle Verhalten, auf das sie ausselektiert worden sind, beim Ausführen eine bestimmte, naja, ich sag mal einen bestimmten Chemiecocktail ins Gehirn kriegen und auch ins Blut bekommen und angeflutet werden mit selbstbelohnenden Hormonen. Also mit Hormonen, die dem Hund ein gutes Gefühl geben. Und diese Erfahrung macht der Hund in der Regel in einem Alter, in dem das Fenster für solche Erfahrungen besonders offen ist. Das fällt nämlich in eine besonders sensible Phase im Junghundealter. Wenn ich also zum Beispiel ein Border Collie habe, bei dem Border Collie ist es typisch, dass die Hunde irgendwann anfangen, das Ei zu zeigen, also ein Auge zu zeigen, zu fixieren, das potenzielle Beutetier praktisch mit dem Blick zu dirigieren. Und irgendwann, relativ frühzeitig in der Ontogenese, in der Entwicklung, zeigt der Border Collie als Welpe dieses Verhalten. Und in dem Moment, wo er das zeigt, wird es praktisch von seinem Endokrinensystem, von seinem Hormonsystem beantwortet mit diesen positiven Emotionen. Und daran gekoppelt. Und das sorgt dafür, dass der Hund sich wohlfühlt und dass ein daraus entstehendes Verhalten, das sogenannte Appetenzverhalten, häufiger gezeigt wird. Und das bedeutet, dass der Hund diese Auslösereize anfängt, aktiv zu suchen. Und das kann dann auch dazu führen, dass so ein Border Collie eben, der eigentlich dafür gedacht war, Schafe zu fixieren und Schafe zu dirigieren, dass der plötzlich anfängt, irgendwelche anderen Dinge dafür zu benutzen, die ähnliches Verhalten bei ihm auslösen und eine ähnliche Hormonausschüttung auslösen. Und das können auch Grashalme sein, die sich im Wind bewegen. Da kommt dann möglicherweise auch dieses Fliegenschnappen oder Schattenjagen hinher als Auslösereize, wenn das praktisch als Erfahrungswert in eine bestimmte sensible Phase der Entwicklungsstufen gefallen ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich das frühzeitig antriggere, also aktiv diese Situation hervorrufe bei dem Hund, dann kann ich davon ausgehen, dass ich das sozusagen anfixe. Also ich habe schon einen gewissen Einfluss, sowohl als Züchter als auch als Welpenkäufer, ob sich dieses Verhalten jetzt in dieser sensiblen Phase tatsächlich etabliert und dann eben weiter ausgebaut wird oder ob ich es in richtige Bahnen lenke von vornherein oder ob ich versuche, es zu verhindern. Und dieses Verhindern, das hängt immer davon ab, welche Möglichkeiten ich überhaupt habe. Ihr könnt euch vorstellen, beim Border Collie zu verhindern, dass irgendwelche Blätter im Wind wehen oder ein Schmetterling durch die Gegend fliegt, ist schon relativ schwierig. Also das mit dem Verhindern ist so eine Sache. Gleichzeitig ist aber auch die Frage, wenn man das denn nutzt, indem man ihm irgendwie einen Ball rollt oder sowas, man muss sich sehr klar darüber sein, was man damit kreiert. Also im Prinzip ist es so ein bisschen wie dem Kindergartenkind schon mal ein Joint in die Schultüte stecken, damit man dann mit 14, 15 ein richtig fettes Problem hat, nämlich im Bereich des Suchtbereiches oder Suchtverhaltens, an dem man dann richtig hart arbeiten muss. Also man muss hier sehr genau abwägen, ob man es verhindern kann, ob man es verhindern will oder ob man auch vielleicht genau dieses Verhalten später haben und nutzen möchte. Als Schäfer macht es schon Sinn, dass man einen Border Collie hat, der auch ein Auge zeigt. Aber das ist im Einzelfall zu entscheiden. Und je nachdem ist eben mit dem Welpen oder Junghund dann umzugehen. Je nachdem, was ich am Ende haben will, sollte ich eben entsprechend mit dem Hund agieren. Nichtsdestotrotz kann man sich das natürlich auch zunutze machen und gleich an der Impulskontrolle und Frustrationstoleranz arbeiten, wenn man sich das denn so zunutze machen möchte, dass man das gleich von vornherein in gute Bahnen lenkt. Und dann hat man sicherlich auch die Möglichkeit, positiv hierauf Einfluss zu nehmen. Das braucht aber Fachwissen und möglicherweise auch Unterstützung von Menschen, die sich genau mit dem jeweiligen rassespezifischen Jagdverhalten gut auskennen. Eine Alternative dazu, jagdlich motivierte Hunde auszulassen, und das ist das, was ich gerne tue, ist die Arbeit mit dem Futterbeutel, mit dem Futterdummy. Das tue ich aus unterschiedlichen Gründen. Man kann damit sehr vielfältig arbeiten und viele Dinge tun. Was ich gerne damit mache, ist, dass ich die Hunde auf eine Suche schicke, auf eine Nasensuche schicke. Das hat vielfältige Vorteile. Zum einen ist es so, dass ich bei den klassischen Hunden, die auf Jagdverhalten mit Bewegungssequenzen gezüchtet worden sind, also die Sichtjäger unter den Hunderassen, dazu gehören die Hütehunde zum Beispiel, aber auch die Windhunde, dass ich die nicht in ihrem Talent auf Bewegungsreiz durchzustarten unterstütze, weil das können die sowieso gut. Das ist ja das selbstbelohnende Verhalten bei denen. Sondern, dass ich versuche, die ein wenig auf eine andere Spur zu bringen, im wahrsten Sinn des Wortes, dass ich denen eine Geruchsspur lege, um ihnen zu zeigen, dass auch das möglich ist. Nun könnte man natürlich meinen, das ist ja widersinnig, dann habe ich zwei Fronten, an denen ich kämpfen muss. Wenn ich einmal den Bewegungsjäger habe und jetzt auch noch einen Nasenjäger daraus mache, dann habe ich ja richtig Schwierigkeiten. Tatsächlich ist es so, dass wenn der Hund mit der Nase arbeitet, also mit der Nase beschäftigt ist, werden im Gehirn andere Bereiche angesprochen. Und diese Bereiche, die im Gehirn da angesprochen werden, haben etwas mit Nachdenken zu tun. Und immer dann, wenn der Hund nachdenkt, ist im Prinzip der Gehirnbereich für Impulsivität gestoppt und gehemmt. Also es geht gehirntechnisch nicht beides parallel. Und das ist ein Riesenvorteil, weil beim Durchstarten nach einem Bewegungsreiz haben wir mit Impulsivität zu tun, bei der Nasenarbeit eben genau nicht. Das heißt, es kann auch einen therapeutisch wirksamen Effekt haben, den Hund mit der Nase zu beschäftigen, weil er dann praktisch die gesamte Zeit seine Kognition benutzt und damit das impulsive Verhalten gehemmt ist. Also es kann etwas sein, was mir zum Vorteil gereicht und nicht unbedingt zum Nachteil. Und von daher gesehen setze ich das gerne ein bei allen möglichen Hunderassen, ganz egal, ob sie Sicht- oder Nasenjäger sind. Und bei dem Nasenjäger nutze ich natürlich sein Talent. Also wenn ich so einen Beagle habe, dann muss ich sowieso was damit tun, dass er eben nicht selbst belohnt sich auf den Weg macht, eigenständig nach Beute sucht, sondern für einen Beagle zum Beispiel würde ich eben auch das Thema Nasenarbeit aufnehmen, dem eine Spur legen, die wirklich auch schwierig machen mit Verleitungspferden und so weiter, um einen Fuß in die Tür zu bekommen, um von vornherein klarzustellen, wir machen das, wir machen das auch deinem Talent entsprechend, aber es ist sofort unter Kontrolle. Also ich nutze das schon bei dem jungen Welpen, dass ich von vornherein sage, das ist die Beute, die wir suchen, das ist die Spur, auf der wir laufen und das tun wir möglichst auch gemeinsam, was beim Beagle so ein bisschen schwierig ist, gebe ich zu, aber das wäre mein Ansatzpunkt. Also schaut euch genau an, was habe ich für einen Hund? Ist er Sicht- oder Nasenjäger? Geht er auf Bewegungsreize? Ja, nein. Wie ist seine Impulsivität? Wie ist seine Frustrationstoleranz? Und was kann ich tun, um das Ganze zu fördern und in richtige Bahnen zu lenken? Was ihr auf keinen Fall tun solltet, ist gleich, welchen Hund ihr da vor euch habt, mit irgendwelchen sinnlosen Werfspielen, sei es Stöckchen, sei es Bällchen, sei es sonst irgendwas, nur Stereotyp zu beschäftigen, weil das macht alle Hunde süchtig oder kann alle Hunde süchtig machen und birgt extrem viele Gefahren, wenn das Bällchen auf die Straße fliegt, wenn andere Hunde mit dem Ball spielen, wenn Kinder mit dem Ball spielen und dergleichen Dinge mehr. Das solltet ihr nicht machen. Guckt euch an, was hat mein Hund für eine Persönlichkeit? Was hat er für eine jagdliche Spezifität? Wofür ist er gezüchtet worden? Wofür ist er da ursprünglich? Und dann guckt ihr euch eine Alternative für diesen Hund an und wägt genau ab, was will ich später haben? Will ich den angefixten Junkie haben, den durchgeknallten, hyperaktiven, nicht abwarten können Hund? Dann kann man an der Stelle viele Fehler machen. Oder möchte ich den gechillten Hund haben, der mit mir zusammenarbeitet? Dann kann man auch das erreichen. Das war der Dog Talk des Tages. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich über ein Like, über ein Kommentar. Ihr dürft es wie immer gerne, gerne, gerne teilen, mir eine Freundschaftsanfrage schicken oder mich auf YouTube abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!